eine Stunde. Doch so lang. Ja, bist du Angst? Ich schläft, dann bist du uns verletzt. Komm, Angst, auf! Bist du bescheuert? Das weißt du doch, oder? Gehen mir die Haare aus, du müsstest ja Bescheid wissen, ne? Also wenn er in einer Stunde auf dem Boden liegt und sagt, dann können wir über einer retten? Haben wir entweder was falsch gemacht oder machen wir was richtig gemacht? Da ist immer ein Beschäftigungsbuch drauf. Aber dazu reicht aber ein Eimer Wasser, ne? Das geht doch viel schneller als das Resten. Funktioniert der denn nur alle halbe Stunde? Ne, dann mit dem Wassereimer oder... Weißt du, der einzige Vorteil, den wir zu dir haben, ne? Sag mal, Mann, geh mal von aus, wir haben einen exigen Pegel. Und du liegst da auf dem Boden, weißt du, bei mir geht das dann vielleicht irgendwie so, ich hab das zum Glück als Paarer noch Hand auflegen, ne? Uuuuuh. Ich kann mich noch kurz reanimieren. Nico hat nur letztes gefechtigt, dann, ich halte jetzt mal ne Rede. Alter. Aber den Spantknopf weiß nicht. Was hat denn euer Baubau in der Zeit? Für ein Rosenmeer.